Und deswegen haben wir uns überlegt, komm, wir machen jetzt 15% auf alle Gutscheine. Die hauen wir jetzt in die Auktion rein. Und ich denke, da sind echt absolute Schätze dabei, tolle Raritäten. Der ist ziemlich dicht ausgesät. Besser ist es aber, wenn ihr die so ein bisschen vereinzelt aussät. Und guckt mal, wie groß die in einem Jahr gewachsen ist. Ganz wichtiger Termin noch, den müsst ihr richtig dick im Kalender markieren. Wir haben nämlich schon das Datum für unseren Shop-Start. Das wird nämlich am... Überraschung, da bin ich schon wieder. Hi, willkommen hier bei GreenJaws. Eigentlich wollten wir ja eine Videopause machen bis Mitte März oder so. Aber jetzt kamen doch einige Anfragen von euch. Weil wir haben in der Vergangenheit immer zum neuen Jahr hin so eine Gutscheinaktion gemacht. Und viele haben gefragt, gibt es in diesem Jahr keine Gutscheinaktion, gibt es da nichts. Da habe ich gesagt, stimmt eigentlich. Eigentlich sollten wir da auch was machen. Und deswegen haben wir uns überlegt, komm, wir machen jetzt keine Neujahrsaktion. mehr, sondern ist jetzt halt eine Winteraktion. Da haben wir noch 15% auf alle Gutscheine bis einschließlich 5. Februar. Also ab sofort könnt ihr bei uns im Shop die Gutscheine 15% reduziert kaufen. Das einfach nochmal so, um der Vergangenheit anzuschließen, dass wir da auch ein bisschen was machen zum neuen Jahr hin. Und damit aber nicht genug. Und wir haben nämlich auch im letzten Gewächshausrundgang hier bei den Nepenthes vor allem die Hamata gezeigt, weil die so schön waren. Und da haben auch ganz viele gefragt, was ist das für ein Klon und kannst du da ein bisschen mehr zu sagen? Wann gibt es die? Habt ihr da viele? Und jetzt haben wir gedacht, komm, wir haben doch hier eine schöne Pflanze da, die schon ein bisschen größer ist. Und die hauen wir jetzt in die Auktion rein. Weil ihr konntet es nicht erwarten bis zum Frühjahr. Und jetzt haben wir hier eine schöne Pflanze rausgesucht, die schon vereinzelt ist, getopft ist, kräftig gewachsen ist. Kommt sogar noch ein kleiner Trieb da unten raus. Und die hauen wir in die Auktion rein. Und das ist eine Pflanze, die kommt vom Gunung Lumut, also ist auf Sulawesienberg. Da kommen die ursprünglich her. Ist auch ein Klon, der in der Kultur eigentlich noch gar nicht so verbreitet ist. Also ein anderer Klon als die, wo es so bisher schon gibt. Und ja, ein schöner Klon vom Lumut auf jeden Fall. Mir gefällt auch dieser farbliche Kontrast her. Die kann in Dunkeln auch noch ein bisschen nach, so wie bei der Kanne hier. Und ja, die haben wir ab sofort auch in der Auktion drin. Und damit die nicht so ganz alleine ist, haben wir gedacht, komm, da suchen wir noch ein paar mehr raus. Ein bisschen speziellere Sachen. Weil ich neulich auch die Lobis umgetopft hatte und meinen ganzen Lobisbestand in der Hand hatte, habe ich hier noch eine schöne Lobis für euch rausgesucht. Guckt mal, hier ist auch schon eine echt große Pflanze. Die ist Samen gezogen von 2016. Also die ist schon echt acht Jahre alt. Hat schon ein richtig schönes Stämmchen. Die Blätter werden gerade auch immer größer. Die kann dann dementsprechend natürlich auch. Und ja, ich denke, die wird jetzt dieses Jahr richtig abgehen. Man sieht jetzt schon große Sprünge und es wird immer dicker hier. Also da könnten dieses Jahr vielleicht Ende des Jahres schon die ersten Hochkannen dran sein. Also die haben wir auch noch in die Auktion rein. Und damit aber noch nicht genug. Ich habe hier noch eine übelst geile Makrofüller in der Hand gehabt, weil ich bin gerade dabei, die ganzen Dependus durchzutopfen. Und da habe ich immer so den ganzen Bestand, den habe ich da so in den Händen. Und dann ist mir diese Makrofüller hier noch in die Hände gekommen. Das ist auch noch ein alter Klon, der in Kultur eigentlich nicht so hoch verbreitet ist. Und ja, auch schon ziemlich alt, wie man sieht. Die hat schon ein richtig großes Stämmchen. Hat jetzt hier die neueste Kanne gemacht. Hier hinten kommt schon wieder eine. Und ja, das ist die alte, die ein bisschen vertrocknet ist. Aber haben wir mal dran gelassen. Also die drei Pflanzen findet ihr ab sofort auf jeden Fall in der Auktion drin. Und noch ein paar mehr. Aber schaut einfach mal rein. Wir haben hier einfach mal ein paar Dependus noch zusammengestellt. Und ich denke, da sind echt absolute Schätze dabei. Tolle Raritäten. Guckt gerne mal rein. Und da könnt ihr dann natürlich schon die erste Hamata ersteigern, wenn ihr unbedingt eine haben wollt. Ja, und damit aber nicht genug. Weil letzte Woche haben wir ja an euch noch das Video gezeigt von unserem Hummelprojekt, von den ganzen Samen, die dabei rausgekommen sind. Die gibt es gerade auch aktuell noch im Shop. Trotz Winterpause. Und da habe ich nämlich noch was vergessen. Weil ich wollte euch am Ende noch zeigen, wie sich die Samen so entwickeln. Was da einfach danach der Keimung passiert. Wie sich so die Töpfe entwickelt haben. Und das schauen wir uns jetzt kurz noch an. Weil guckt mal hier, das ist jetzt ein Topf, der von letztem Jahr ist. Und der ist ziemlich dicht ausgesät. Es gibt jetzt halt hier so einen richtig schönen Teppich. Das sieht dann eigentlich ganz cool aus. Ist aber unheimlich viel Arbeit nachher beim Pikieren. Die Pflanzen wachsen auch recht unterschiedlich. Ich habe hier noch so ein Töpfchen. Guckt mal, da sind einzelne dabei. Die hier schon ein bisschen größer herausragen. Also auch die Sämlinge wachsen recht unterschiedlich. Besser ist es aber, wenn ihr die so ein bisschen vereinzelt aussät. Da haben die Pflanzen viel mehr Platz sich zu entwickeln. Und für euch ist es nachher einfach viel, viel besser, die Pflanzen raus zu pikieren. Weil die sind jetzt genau ein Jahr alt und die werden jetzt pikiert. Die werden quasi umgesetzt, dann wieder ein bisschen vereinzelt. Wir machen die häufig auch auf Multitopfplatten drauf. Und dann können die einfach wieder richtig durchtreiben und wachsen. Das ist hier so ein Paradebeispiel. Das ist hier eine Leuco-Füller L87, also die ganz große, mit einer Oreo-Füller Giant gekreuzt. Und guckt mal, wie groß die in einem Jahr gewachsen ist. Und das ist halt schon ein krasser Unterschied. Also es macht schon absolut viel aus, was für Kreuzungen man da hat, was man gekreuzt hat. Die geht auf jeden Fall richtig steil hier und ist schon richtig groß für einen jahralten Sämling. Also das nochmal so, kleiner Hinweis bei der Aussaat, ein bisschen drauf achten. Schaut also gerne mal bei uns auf der Webseite vorbei. Da gibt es noch ein paar coole Winterspecials für euch, um euch so diese triste Jahreszeit so ein bisschen zu versüßen. Weil das ist ja immer so die schlimmste Jahreszeit jetzt. Und bis es dann wieder losgeht, bis die Pflanzen wieder kommen. Und wir sind dann jetzt aber auch wirklich raus, bis so Mitte März ungefähr. Dann kommen wir wieder mit neuen Videos zurück. Und ach, ganz wichtiger Termin noch, den müsst ihr richtig dick im Kalender markieren. Wir haben nämlich schon das Datum für unseren Shop-Start. Das wird nämlich am 30. März sein, ist ein Samstag, ich glaube, es soll jetzt Osterwochenende. Da werden wir den Shop wieder aufmachen, sind dann zurück mit einem richtig, richtig großen Angebot. Viele Neuheiten, aber dazu an anderer Stelle mehr. Und wir sind jetzt wirklich raus. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, gute Zeit, bis dahin, euer Matze. Ciao! .